Was ist Hornhauttopographie? Die Hornhauttopographie, oft als Fotokartoskopie oder Videokartographie bezeichnet, ist eine Technologie, auf die sich Augenoptiker im Bereich der Augenpflege häufig verlassen. Es verwendet computergesteuerte Geräte und Analyse-Software, um die natürliche Krümmung der menschlichen Hornhaut zu messen. Unter Verwendung eines einzigartigen Systems konzentrischer Ringe, die auf die Hornhaut einer Person projiziert werden, wird ein virtuelles Bild erstellt, anhand dessen die Hornhautkrümmung berechnet wird. Diese Messungen werden dann in Form eines farbcodierten, mehrdimensionalen Ausdrucks dargestellt, der einer Topographie-Karte nennt, die man in einem Geographie-Buch antreffen könnte. In der Vergangenheit haben Keratometer nur vier Punkte in einem kleinen zentralen Bereich der Hornhaut gemessen. Heutige Geräte für die Hornhauttopographie können bis zu 10 000 spezifische Punkte auf der gesamten Hornhautoberfläche auswerten. Dies ermöglicht eine viel genauere und genauere Messung. Die Topographie der Hornhaut ist für die Diagnose und Überwachung des Fortschreitens von zwei besonderen Augenerkrankungen maßgeblich, Keratokonus und Peluzidemarginale Degeneration. Beide Bedingungen können diese Kraft beeinträchtigen, sobald die Hornhaut steiler wird oder ihre Form ändert. Es ist auch von unschätzbarem Wert, wenn es um die Beurteilung von Patienten mit laserassistierter in situ Keratomyleusis oder radialer Keratotomy sowohl vor als auch nach der Operation geht. Darüber hinaus kann es auch bei Prä- und Postoperativen Keratoplastikfällen eingesetzt werden. Vor der Operation können Augenoptiker mithilfe der Hornhautkartierung potenzielle Probleme identifizieren, einschließlich Narbenbildung und irregulärem Stigmatismus. Nach der Operation kann die Hornhauttopographie den Erfolg der Operation überwachen und feststellen, ob das Auge richtig heilt? Wenn es um Kontaktlinsen geht, ist die Topographie der Hornhaut sowohl in der Entwurfs- als auch in der Anpassungsphase nützlich. Fotokartoskopie-Software ist so konzipiert, dass Linsendetails, einschließlich Material, Größe und Design, von Fall zu Fall bestimmt werden können. Obwohl der Preis für die Ausrüstung sehr hoch sein kann, besteht kein Zweifel daran, dass diese Technologie zum Standard in der Augenpflege geworden ist. Um den Kauf von Geräten zu fördern, bieten viele Hersteller Leasingpakete an, um die anfänglichen Investitionskosten auszugleichen. Darüber hinaus sind viele der Meinung, dass die Technologie zu kürzeren Arztbesuchen für Patienten sowie zu einer erhöhten und unschätzbaren Patientenzufriedenheit geführt hat. Aus Sicht des Patienten ist eine Hornhauttopographie schnell und schmerzlos. Der Patient drückt einfach sein Gesicht gegen die runde, beleuchtete Schüssel des Geräts, während ein Techniker eine Reihe von Bildern macht. Der Computer generiert schnell ein Bild mit unterschiedlichen Farben, um unterschiedliche Steilheitsgrade anzuzeigen, genau wie eine topografische Karte eine Landschaft unterschiedliche Farben verwendet, um Höhenänderungen anzuzeigen.